Musik Sein Willkrom in der Kulturwerkstatt Appenzellerland. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Hackbrettbaus, in die Vielfalt jahrhundertealte Traditionen, dem einzigartigen Naturjudel und der stimmungsvollen Appenzeller Volksmusik. Erfahren Sie mit all Ihren Sinnen ein echtes Stück Brauchtumskultur mitten in Herisau, dem Hauptort von Appenzell-Ausserot. Die Kulturwerkstatt soll Interessierten aus nah und fern in verschiedenen Angeboten die Kultur im Appenzellerland näher bringen. Im Werkstattgebäude von Werner Alder, Hackbrettbauer und Mitglied der Streichmusik Alder Dynastie, welche 1884 gegründet wurde, werden Hackbretter nach traditionellem Handwerk und mit viel Passion hergestellt. Vom Baum bis zum fertigen Instrument. Viele Schritte braucht es, bis ein Hackbrett erklingt. In der Kulturwerkstatt erfahren die Besucher in einem unterhaltsamen Vortrag, wie ein Hackbrett entsteht und auf was dabei zu achten ist. Wer noch mehr Einblick in die Klangwelt der Appenzeller Volksmusik erleben möchte, wählt den Vortrag Hackbrett Brauchtum Musik. Hier werden den Besuchern neben Infos zum Hackbrettbau, das Brauchtum und die Appenzeller Volksmusik vermittelt. Die Besucher erfahren auch, was es mit den Talerschwingen und Schellerschötter auf sich hat. Und was die Appenzeller Tracht aussorgt. Wer schon immer mal jodeln wollte, ist bei uns goldrichtig. Im Kurs Jodeln und Talerschwingen erlernen die Besucher ein Appenzeller Naturjodel, das Zeröli. Das Talerschwingen wird gerne zur klangvollen Untermalung des Jodelns im Alpsteingebiet benutzt. Wagen Sie einen Versuch. Musik Die Vorträge lassen sich mit einer Mahlzeit, einem Apero oder Imbiss mit typischen Spezialitäten aus der Region kombinieren. Die Kulturwerkstatt bietet Platz für bis zu 60 Personen, auf Anfrage auch noch mehr und eignet sich für Gruppen, Firmen und Vereinsausflüge. Aber auch Einzelpersonenführungen sind auf Voranmeldung möglich. Der 130 Quadratmeter große Vortragsraum kann auch für spezielle Anlässe gemietet werden. Kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gerne. Mehr Informationen finden Sie auch unter www.kulturwerkstatt-appenzellerland.ch Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der Kulturwerkstatt in Appenzellerland. Sanoof deliverieren Sie in www.kulturwerkstatt-appenzellerland.ch Fa b Drag-Modelle